Arbeite zusammen! Der Messgerl darf uns nicht überlässten! Ich bin doch schon drin. Wo sind denn alle? Haben die jetzt erwartet, dass ich oben erst gegen sie kämpfe oder was? Uhrenturm abregeln. Autorisierung Batman. Sie ist die Drohne kalibriert. Keine Sorge, er braucht gut zu atmen und das Ding wird ihn finden. Gut, dann schalten wir jetzt erst die Miliz aus. Ich glaube, Batman ist... Ach was, echt? Stehen unter Beschuss! Nein! Würdest du mir sagen, die Drohne ist echt Batmobile fest? Glaub ich nicht. Okay, wenn du das sagst, dann wird es wohl stimmen. Woher kommen die Schüsse? Ich würde gerne auf den einen Gargoyle da unten rauf. So, wo ist denn mein Distanz-Hacken-Gerät da? Scheiße. Ich verstehe von dem Kram hier überhaupt nichts. Was ist mit der Drohne los? Die will mich umbringen! Na komm, drei Leute können es ruhig sein. Ach, scheiß drauf. Achtung, wer bin ich! Ich brauche hier Deckung, pass du auf! Komm schon, Kumpel, wach auf! Nein! Die Scheiße! Ah, Kacke! Jetzt war die Friede raus! Auf die Beine, wir haben ja Probleme! Stell das Dachgeschütze auf! Du musst aufhachen! Was war das? Ich weiß nicht! Er ist hier lang! Er ist da drüben! Kommt schon! Der ist hier lang! Der wird da oben! Falt ihm! Wir brauchen Sichtkontakt zum Ziel! Was stehst du da so rum? Gib uns Dreckung! Kannst du mich hören? Vielleicht eine ganz geile Idee, die S draus zu schalten, bevor ich den Rest umlege. Willst du die Idioten aussehen? Das ist nicht gut. Nein! Was war das? Ich denke, er wurde von unten angegriffen! Beim Gitter! Keine Ahnung, was mich getroffen hat. Da bist du Tee. Aber ist okay, steh auf! Wir brauchen jetzt jeden Mann! Wie die Motte zum Licht! Kommt die Pflegermaus angeflattert! Geht eurer Angst nach, wie euer Commander es getan hat und ich werde euch winnen! Haltet ihn auf und ihr werdet belohnt! Du musst aufwachen! Machen wir uns mal! Verdammte Scheiße! Ich bin nicht schon wieder! Wenn ich diesen Freak in die Finger kriege, breche ich ihm jeden Knochen einzeln! Nicht, wenn ich zuerst da bin! Hörst du das, Batman? Wir werden dich kalt machen! Ich denke, er wurde von unten angegriffen! Er ist unter uns, im Boden! Ich ziehe Gesichter, drunter! Doch, du entkommst mir nicht! Das wird ihn aufscheuchen! Thermobarer Sprengsatz, los! Ich hab genug vom Waffen! Komm ihr, wenn ihr nicht raus! Stelle Wachgeschütze auf! Du wirst gleich brennen, Batman! Ja, warte! Wir können hier nichts tun! Verteilt euch und findet ihn! Die Pisser, haben sie wirklich diese scheiß Geschütze aufgestellt? Das wird ihn aufheben! Viel gesichtet, unterer Serverraum! Ihr ist weg! Da schenkt Rauch ein! Ja, kommt jetzt der Nächste? Oh, 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 oh! Oh Gott, nein! Mann am Boden! Wo seid ihr? Im Serverraum! Untere Ebene! Drei, zwei, eins! Brennen! Lass ihn! Wir müssen uns um uns selbst kümmern! Schneider Wachgeschütze auf! Ihr seid privilegiert, Männer! Die Angstmechanismen des Gehirns entwickelten sich als Reaktion auf Raubtiere, die uns im dunklen jagen. Jeder ist da drüben! Nur wenige Prüfungen bestören die Ängste unserer Vorfahren so herauf, wie diese. Okay, ich werde gleich erschossen, also, ey, was soll denn das jetzt hier? Das ist doch total unnötig, jetzt am Ende nochmal sowas in die Länge zu ziehen. Alles auf schwarz gesetzt und doch verloren. Wieso ist doch alles schwarz? Wir haben gewonnen. Das ganze Spiel über fehlen diese bescheuerten Einlagen und jetzt auf einmal fünf Stück hintereinander, die man eigentlich gar nicht mehr haben will. Äh. Ich bin gerade an einem Punkt, wo ich eigentlich nur noch die Story am Ende haben will, damit ich in Ruhe meine Trophäen einsammeln kann. Eure Pupillen haben sich bereits erweitert, in dem verzweifelten Versuch, in der Dunkelheit etwas erkennen zu können. Eure Muskeln sind angeschmiert. Halt die Fresse. In Vorbereitung auf den Moment, in dem ihr angreift. Das Blut ist aus eurer Haut entwichen, um wichtigere Funktionen zu erfüllen. Vielleicht habt ihr ihn gespürt, den kalten Hauch der Angst. Wieso treffe ich den Größten nicht? Ist das mich verarschend? Ist das Ding jetzt auf einmal immun oder was? Füß ist deine Mache auf einmal. Wirst du feststellen, dass die erhöhte synaptische Plastizität es deinem Geist erlaubt, jeden Moment dieses Zusammentreffens in ungewohnter Klarheit abzuspeichern? Das sind pure, perfekte Erinnerungen, kristallisierte Momente der Angst. Und einmal nach oben bitte, danke. Ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt schon wieder gelandet bin, aber okay. Rutschen wir doch noch weiter nach unten. Ich brauche hier Denkungen, pass du auf! Komm schon, Kumpel, wach auf! Oh, komm schon, Kumpel, wach auf! Ach so, nur noch einer. In dem Fall. Hey, du! Genau du! Kämpfe mit mir, wie ein Mann! Dollar! Gib's mir, daneben! Nieder! Ja, du weißt also von meinem kleinen Joker-Problem, ja? Identität bestätigt. Hm. Das lässt sich doch bestimmt irgendwie fixen, damit die Dame hier wieder rumspringen kann. Uhrentraum abregeln. Autorisierung Batman. Na, was denn jetzt? Identität bestätigt. Gut, ich sag mal, das war's. Oder auch nicht. Haltet Scarecrow's Miliz davon ab, Oracids Server zu zerstören? Ja, hab ich gemacht. Und jetzt? Wieder zurück zu ihr oder andere Ideen? Irgendwas ist da unten. Hä? Ah, hier ist der Server. Mit Lucius-Fächer. Oracle, der Uhrenturm ist sicher. Verbindung zum Großrechner steht. Gut. Okay, wie es aussieht, haben wir wohl ein paar Server verloren. Wird eine Weile dauern, bis alle Daten wiederhergestellt sind. Aber ich sollte online sein, wenn du zurückkommst. In der Zwischenzeit solltest du vielleicht rüber zu Lady of Gotham. Dieser Reporter Jack Ryder wollte dort einer Spur nachgehen. Cash versuchte, ihn aufzuhalten, aber Ryder hat was von Pressefreiheit gefaselt. Ich wusste doch, es fühlt noch zu irgendwas, dass dieser Ryder hier dauernd seinen Blödsinn hat. Ich hab das Zielfahrzeug wieder im Blick. Nehmen wir Verteidigungsstellung ein. Okay, wir haben ein Medikit. Und wir haben noch einen Medikit-Typen. Und das. Und das. Und die zwei Geschütztürme, die nach da zeigen. Ja, verstehe. Die kriegen selber einen gefeuert, wenn... Ja, eure Waffen werden alle klemmen. Na komm, wer will als nächster? Mann, hier sind aber ein paar mächtige Leutchen jetzt am Werke. Aua! Okay, das ist gerade ein bisschen zu viel für mich, glaube ich. Ja, ich hab ihn auch noch gesehen, ey. Hey, ich bin doch ausgewichen. Gut, dann mach ich das halt später. Puh. Man wird sich an Sie erinnern, Master Bruce, versprochen. Ihr Opfer wird nicht vergebens sein.